Englisch für die Arbeit Produziert von audioacademie.eu.eu 2022 Laden Sie die Skripte für diesen Kurs mit den Hörbeispielen, Tests und doppelseitigen Lernkarten kostenlos herunter unter www.audioacademie.eu.eu Diese Aufnahme ist urheberrechtlich geschützt. Wir wünschen Ihnen eine gute Lernerfahrung. Hallo, mein Name ist Jörg und ich möchte Ihnen zunächst ein paar Worte darüber sagen, wie Sie mit diesem Audiokurs arbeiten können. Der Kurs basiert auf kontextuellem Lernen, das heißt, Sie lernen nicht nur einzelne Wörter, sondern hören auch Sätze, die diese Wörter enthalten. Die Beherrschung dieser ganzen Sätze wird Ihnen später helfen, sich besser zu verständigen, als wenn Sie nur die einzelnen Wörter aktiv beherrschen würden. Der Kurs ist nach Themen in einzelne Lektionen unterteilt. Jede Lektion besteht aus sechs Audiotracks. Wenn Sie zuerst die Fremdsprache und dann Deutsch hören, heißt die Übung, hören Sie. Wenn Sie zuerst Deutsch und dann die Fremdsprache hören, heißt die Übung, übersetzen Sie. Im ersten Track hören Sie die Wörter zuerst in der Fremdsprache und dann auf Deutsch. Im zweiten Track hören Sie die Wörter zuerst auf Deutsch und sollten versuchen, sie zu übersetzen, bevor Sie sie in der Fremdsprache hören. Die Wörter sind immer zufällig sortiert. In den Tracks 3 und 4 hören Sie die Wörter, gefolgt von kontextbezogenen Sätzen, die diese Wörter enthalten. Das Wort und der Satz mit dem jeweiligen Wort folgen immer nacheinander. Auf den Tracks 5 und 6 hören Sie nur die Sätze. In Track 5 sind die Sätze zuerst in der Fremdsprache und in Track 6 zuerst in Deutsch. Die Sätze sind, wie die Wörter in den Tracks 1 und 2, in zufälliger Reihenfolge. Sie müssen sich nicht unbedingt alle Tracks in einer Lektion anhören. Sie können Ihr Hörverhalten an Ihr aktuelles Sprachniveau anpassen und entscheiden, ob Sie besser lernen, wenn Sie zuerst die Fremdsprache oder Deutsch hören. In jedem Fall haben Sie die Lektion gemeistert, wenn Sie den Satz im sechsten Track vom Deutschen in die Fremdsprache übersetzen können, bevor die Übersetzung dieses Satzes im Deutschen zu hören ist. Die Länge der Audio-Tracks beträgt in der Regel zwischen 5 und 10 Minuten, was Ihnen hilft, sich zu konzentrieren. Zu diesem Kurs gibt es Skripte unter www.audioacademyeu.eu, die Sie kostenlos herunterladen können und die Ihnen helfen werden, Ihre Sprachkenntnisse noch effektiver zu verbessern. In den Skripten finden Sie einen Unterrichtsplan, in dem Sie die von Ihnen gemeisterten Lektionen aufzeichnen können und einen Textteil für die Audio-Tracks, der besonders von Anfängern und Pre-Intermediate-Lernern geschätzt wird. Vor allem aber finden Sie in den Skripten alle Vokabeln und Kontextsätze auf doppelseitigen Karten. Drucken Sie sie aus und schneiden Sie aus. Sie können dann üben, auch wenn Sie nicht zuhören können.